Hallo und herzlich willkommen zu den Sky Sport Postelion News. Das hätte er mal besser bleiben lassen sollen. Der Fußballspieler Marc-André Terstegen hat von seinem Arbeitgeber, dem Deutschen Fußballbund, eine Abmahnung kassiert. Der Grund? Terstegen schaute während seiner Arbeitszeit das Fußballspiel Deutschland gegen Spanien. In einer Pressemitteilung heißt es, das Verhalten von Herrn Terstegen ist nicht akzeptabel. Anstatt zu arbeiten wie seine Kollegen Groß, Musiala oder Neuer, saß er untätig herum und guckte EM. Schon in der Vergangenheit war er seinem Arbeitgeber negativ aufgefallen. So soll er mehrfach während der Arbeitszeit einfach mit Kollegen Fußball gespielt haben.